ja hallöchen und ein herzliches willkommen zur nächsten folge von meine minecraft auf überleben projekt ja nachdem ich ja in der letzten folge unten im meter war werde ich jetzt einmal folgendes machen ich werde mal mein ganzes eisen also ich werde mal meine ganzen steine und keine ahnung was weg geben in die lagerkiste muss auch sein leute da haben nur holz da haben bruchsteine bruchstein habe ich sowieso nicht auf der hand da haben wir steine aller art da gebe ich mal alle steine da rein die ich gesammelt habe da unten nur so ist das ne leute drops 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 da unten da gebe ich die pfeile rein neun pfeile haben wir schon wieder ja da haben wir die fäden gold gebe ich da in die schatzkiste rein und auch die dias gebe ich in die schatzkiste rein ich habe sechs diamanten das so ist das na ja eisen werde ich braten ja braten 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 ja action in der letzten folge in der höhle wieder einmal somit kann ich da draußen noch weitermachen in meinem hüttchen genau da haben auf jeden fall einmal die ziegel die ich da gebraten habe die werde ich jetzt da in ziegel steine verwandeln auf jeden fall einmal dann gebe ich hier kann man die eigentlich noch einmal braten das roheisen rein um eisen zu machen ja passt so was gehe ich in der folge an weil da weitermachen da draußen wie ist einmal wichtig ich glaube ich weiß ungefähr was ich vorhabe das dach muss ich auch da mal machen leute ist einmal wichtig genau und das ganze lapis das ich gesammelt habe unten in der höhle gebe ich einmal rauf da in den zauberraum da muss auch noch einmal weiter geht 29 level habe ich jetzt wenn das nichts ist sagt 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 ok ok passt weil lapis genug lapis zum verzaubern das reicht vollkommen für lange lange zeit tür zu sonst zieht sie ja was max und moritz hallo ihr seid fein max und moritz geht es gut ich muss da in mein lager aus ich bin müde leute das ist gerade einmal vormittag 11 uhr und ich bin so richtig müde leute es ist total komisch jobs haben wir da unten da gebe ich auch diese feuersteine rein die erde kann ich hier rauf geben so and now chadis and lentil man hole ich mal die steine die tuffsteine mal hierüber werde ich damit den tuffsteinen weitermachen und hier drüben fange ich dann einmal an mit dem marktplatz das muss auch sein leute es habe ich dies vergessen das darf nicht sein leute will ich nicht ja das wird es die vorletzte folge in der session sein dann ist es schon wieder vorbei mit der session ist so ja machen wir das einmal so genau super so da würde ich mal sagen da kommt dann der marktplatz hin ich hole mal den keys ich will da drüben erde haben schau da mal erde haben schau da mal so soll es sein leute ja das passt ja ne ja passt so dann hole ich mir mal den keys den habe ich nämlich jetzt vergessen leute wurscht so den keys dann gebe ich einmal genau das gebe ich da rein eineinhalb stacks habe ich von den ziegelsteinen die brauche ich auch die brauche ich aber viel mehr davon tuffsteine rein und wo ist der keys wo habe ich den keys hingetan hier ich habe nur 34 stück ist aber das müsste sich normalerweise ausgehen für den äh für meine felder hier genau nö das wird knapp nö das geht sich nicht aus nö oder doch das geht sich aus leute ja das geht sich aus super na bitte ok und dann könnte ich eigentlich schon anfangen mit dem marktplatz dann holt dann gebe ich den keys da rein holen wir die eineinhalb stacks von diesen dingen hier wie soll ich denn also marktplatz da wo der brunnen halt hin das zu zu quasi das zentrum von diesem bereich das schauen suchen wir uns einmal die mitte die ist eigentlich da vier mal ich muss aber die mitte raussuchen leute da haben nämlich 1 2 3 4 5 und dann haben die sechste 1 2 3 4 4 ja genau das geht sich genau aus das soll die mitte sein genau da kommt dann kommen dann die ziegelsteine hin und es wird schon wieder finster ich glaube es ja nicht da kommen dann die ziegelsteine hin weil das wird quasi dann der weg zum marktplatz es ist schon wieder finster leute ich hasse es ich hoffe die hunde werden nicht aufgefressen von so ein bisschen leute tschüss schlafen wir ja kühe füttern muss ja wieder sein leute kühe füttern servus ihr lieben kühe külis külis servus ja kommt's 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 her da ja genau ganz feine partie seid ihr so habt ihr noch irgendwas verliebt euch noch verliebt sich noch einer so mal die kügelchen einsammeln habe ich keine mehr passt wir werden ja wieder mehr leute da waren ja so viele kleine kühe nämlich letztens so da ich will wie soll ich das machen jetzt mit dem mit den brunnen ich muss mir mal ganz kurz überlegen welche steine ich da welche habe ich denn da drin da sind noch alte sachen drin da haben wir zäune die nehme ich mir mal blauer farbstoff da habe ich glasscheibe die brauche kann ich auch noch gebrauchen leute mein diamantschwert die nehme ich mir auch mit leute mein diamantschwert so und da habe ich ah genau weitere ton weiteren tonbraten zack und zack super gehen wir mal in die schatzkammer und dann schauen wir gleich wegen den steinen so da haben wir mal Eisen fast ein Steck auch auf der Seite schauen wir mal was Steine angeht ich könnte das hier mit dem machen und da auch noch 12 dann nehme ich da ich nehme das auch noch mit und das da ich weiß nicht genau so ich baue den Brunnen Leute nein den Marktplatz wo der ist hin soll ich meine ich weiß da drüben aber ich weiß nicht inwiefern ich das jetzt genau angehe ich glaube das wird da am besten sein wenn ich das hier mache eins zwei drei vier dann haben wir hier genau äh ja okay dann machen wir da hier mal wieder die machen wir wieder Ziegelsteine nachher so oh da höre ich einen Zimbo nein ich höre den Zimbo so da irgendwo ist ein Zimbo aber wo da ist eine Kuh die Kuh macht boh Leute ähm dann machen wir eins zwei drei vier fünf dann haben wir da nämlich eine Mitte und hier wieder so dann werden wir dann schaue ich mal was ich da noch machen kann in einem Steinschneider ich muss zum Steinschneider Leute das wird nämlich dann der Brunnen der wird rundherum noch mit den Ziegelsteinen verlegt Steinschneider genau was kann ich aus dem noch machen ja na bitte das ist mega das wollte ich ah da das Angebote ist auch schon fast fertig und der Zuckerrohr auch wieder wurscht äh gut dann gebe ich nämlich das daher so zack 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 genau und dann solche Treppenstufen nach oben ich kann nicht mehr raus Leute ich kann nicht mehr raus Leute ach du Schande so da werde ich auf jeden Fall Wasser reingeben dann werde ich aber schauen dass ich da dann Laternen drauf gebe also es wird einmal ein Brunnen läuter ähm ich pfff Leute dann werde ich das einmal mit Zäunen ah ich weiß nicht wartet mal ganz kurz okay ich weiß nicht soll das nö schau dir irgendwie blöd aus ne das passt ja aber da oben nö nö das geht nicht ah das hätte ich lassen können da oben nicht genau das kann ich hier hingeben Leute ja das schaut schon bisserl besser aus Leute oder ich weiß nicht keine Zäune mehr mein Gott ja ja da kann man dann rauf gehen da ist das Wasser drin ja dann holen wir uns mal einen Eimer schütten wir mal das Wasser rein Leute oder wartet mal kurz ähm ähm hier hier Zäune hab ich da irgendwo ein Zaun drin verloren hm ich glaube ja mal schauen hier da ist ein Zaun den brauche ich genau ich weiß nicht schau blöd aus oder somit werde ich hier das weg geben so und dann das da daher geben schau das besser aus ich weiß nicht okay das geht sich nicht da kann ich aber da muss ich das einmal schauen dass ich das weg gebe aber nicht mit meiner Glücksspitzhacke Leute und dann ja das das da da genau den aufgang machen hier bitte müssen aufgang werden steht schon wieder finster leute bitte irgendwann aber das war etwas komplett ja das lassen wir so würde ich sagen dann machen wir dann nach oben und ein dach ja passt also ein dach überdachung halt wieder finster leute ein wahnsinn so gut ist da jemand man hat jemand war leute so und dann da hinten ja genau somit brauche ich einen eimer dass man mit wasser füllen kann habe ich den ja da habe ich sogar noch wasser drin leute jetzt muss ich wasser schäffeln nein leute die folge ist auch klar aus ich glaub's ja nicht so dann nehmen wir mal dass das wasser hier und leeren wir mal da rein ja so soll es sein das wird der brunnen da brauche ich jetzt viel wasser da muss ich rennen die ganze zeit aber egal die folge ist jetzt nämlich aus leute nein leute wie geht denn das da so dann haben wir das einmal na bitte wenn das nicht leihwand ist ich muss mal schauen also ich krieg das eh nicht ganz voll irgendwie stört mich das leute es wird eh mehr oder hoffentlich ja muss er nicht extrem genau werden ihr lieben aber in der nächsten folge machen wir weiter das wird dann die letzte folge werden in der session da machen wir weiter ein bisschen am marktplatz der wird dann so cool der wird dann so groß und so das heißt ich muss wahrscheinlich hier hinten auch noch ein bisschen weiter abbauen aber das machen wir dann später einmal ich bedanke mich für dein zuschauen wieder und liebe liebe grüße an dich da draußen der der das schaut game over bis zum nächsten mal